Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kollegen, liebe Berliner, seit 1865 gibt es die Straßenbahn in Berlin. Jetzt ist rot-rot-grün aufgefallen, dass die Räder der Straßenbahn quietschen, 2019. Eine tolle Leistung, haben Sie lang für gebraucht. Das Lärm natürlich für die Anwohner, wenn die Straßenbahnen in Wohngegenden durchfahren, wo die Anwohner neben der Häuser, neben den Gleisen gebaut sind, dass es eine Belästigung darstellen könnte, ist natürlich auch der AfD-Fraktion klar. Und das Beste ist, Anwohner nicht mit Lärm zu belästigen, ist nicht eine Lärmverringerung, sondern eine Lärmvermeidung. Lärmvermeidung entsteht dadurch, indem man konsequent auf den Ausbau von U- und S-Bahn setzt und nicht auf den Weiterbau oder Neubau von Straßenbahnstrecken. Denn wenn wir U-Bahnen bauen, entsteht der Lärm in dem Tunnel und belästigt nicht die Bürger, die Anwohner. Und damit sind leise Gleise für Straßenbahnneubau nicht mehr nötig. Statt hier Flickschusterei zu betreiben, sollten wir lieber direkt an die Zukunft Berlins denken. Denn es geht ja nicht nur um den Lärm bei den Neubauprojekten. Es geht ja auch um die Beförderungskapazität mit der Straßenbahn. Die Kapazitäten der Straßenbahn wird in 10, 20, 30 Jahren nicht mehr ausbauen, nicht mehr ausreichen. Das heißt, Sie bauen jetzt eine Straßenbahn für viele Millionen oder Milliarden Euro, bauen dann noch leisere Gleise für noch ein paar Millionen Euro dazu, tun noch ein paar Laufflächenkonditionierungsanlagen bauen. Und in 20, 30 Jahren merken Sie, wir müssen doch eine U-Bahn bauen. Also lassen Sie uns lieber jetzt eine vernünftige Verkehrsplanung, so wie mein Kollege Scholtesek und ich Ihnen das schon vorgestellt haben, in unserer AfD-Verkehrsplanung durchführen und direkt zukunftsorientiert entsprechend eine U-Bahn bauen. Wir werden natürlich Ihre Anträge im Ausschuss entsprechend nochmal im Detail besprechen. Und natürlich gibt es vielleicht bestimmte Stellen in den Randbezirken, wo die Straßenbahn als Zubringer zur U- oder S-Bahn sinnvoll ist, wo man vielleicht auch über entsprechende Lärmminderungsmaßnahmen sprechen können. Aber das sind dann einzelne Projekte und nicht mit der Gießkanne das gesamte Netz im Prinzip Lärmvermindert ausbauen, was wieder viel Geld kostet, was dem Steuerzahler viel Geld kostet und was unnötig ist. Darum lassen Sie uns die Details im Ausschuss besprechen und ich freue mich, dass wir dann weiter über Ihren Antrag reden. Dankeschön.